Buonasera, Buonasera, das zeigt dir die Blanage der Liga. So reg ich mich auf. Schau, los geht, geht, geht. Ja! Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportkameraden, ja. 3-0 gewonnen gegen Ingolstadt, ich sag mal souveräner Sieg eingefahren, haben uns nicht schwer getan, bin ich ehrlich, haben uns nicht schwer getan. Wir haben auch jetzt nicht die super Torchancen gehabt, waren nicht viele, muss man auch ehrlich sagen, waren nicht viele. Die erste Torchancen kam durch Bülter, aber der saß direkt, endlich mal aus der Distanz geschossen und der war direkt drin, 1-0. Ja, und dann hatten wir mal noch so eine leichte Torchancen von Therode in der ersten Halbzeit, wo der mit dem Kopf da geköpft hat, aber hatte ich nicht richtig getroffen. Ansonsten, erste Halbzeit hatten wir das Spiel bestimmt, aber ohne uns eine wirklich richtige Torchancen herauszuarbeiten. Ja, zweite Halbzeit, selbes Spiel wie in der ersten Halbzeit, hab jetzt gedacht, jetzt können wir besser spielen. War ein bisschen besser, wir versuchen auch zusammen zu spielen, aber so richtige Torchancen, müssen wir alle ehrlich sein, waren da nicht so viele. Dann kam der 2-0 durch eine Ecke, Standardsituation, Orion bringt rein, ey, und da macht der Ayan, der ein Karate-Kid da hat, wie beim Karate-Kid, der 2-0, der unser Aydin, ey, klasse, klasse, Tor, wieder da hochgesprungen hat. Wie gesagt, wie im Karate, wirklich super gemacht, Aydin. Wir sind alle stolz auf unseren jungen Burschen. Ja, und dann kam das 3-0 durch unser Simon Terode und ist gleichgezogen mit dem Schatzmeister. Jetzt braucht er nur noch ein Tor, um alleine da den Torrekord zu halten, aber das 3-0 haben die wirklich gut herausgespielt. Bülter, schön auf den Drexler und Drexler, nicht egoistisch gedacht, legt auf Terode, er braucht nur einschieben, das 3-0. Ja, und dann hat man noch eine leichte Torchance durch Piringer in der 85. Minute und das war's. Man kann sagen, wir waren heute richtig effektiv. Aus 4 Torchancen 3 direkt gemacht, muss man sagen. Ja, aber wir müssen auch ehrlich zugeben, Ingolstadt war jetzt nicht der Maß der Dinge. Sorry, die stehen zu Recht da unten, tut mir leid für die Ingolstädter Fans, aber ihr steht zu Recht da unten. Sehr, sehr schwach. Wir haben es uns leicht gemacht heute, war heute ein ruhiger, ruhiger Sonntag. 3-0 gewonnen, sind jetzt auf dem vierten Tabellenplatz, drei Punkte hinter den ersten. Jetzt gehen wir schön in die Länderspielpause und dann, nach der Länderspielpause, fahren wir nach Hannover und holen uns die nächsten drei Punkte. So, schreibt ihr in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. So, ich trinke jetzt gleich mein Bierchen und dann ist der Sonntag sowieso gerettet. So, alles klar, schreibt reichlich in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich mache mal Glück auf. Ja! Ja! Ja!